Um Anwendungen, egal welcher Art, für den Roboter zu entwickeln, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Die Blockprogrammierung über die Autorenumgebung Choregraph, die Nutzung der Programmiersprache Python in den Choregraph-Programmblöcken und die Nutzung von Python ohne das Autorensystem Choregraph. Mit einer einfachen Anwendung, in der der Roboter eine Begrüßung in deutscher Sprache vornimmt, sollen diese drei Entwicklungsmethoden vorgestellt werden. Nutzt man die reine Blockprogrammierung, zieht man zunächst die entsprechenden Programmblöcke oder Boxen, eine Box für die Festlegung der Sprache und eine für die Sprachausgabe, in das Entwicklungsfenster von Choregraph. Danach stellt man in den Boxen die gewünschten Parameter ein und verknüpft die Boxen sequenziell. Nun können wir die Anwendung auf dem virtuellen Roboter und auf dem realen Roboter testen. Der Nachteil dieser Methode? Der Roboter sagt Guten Morgen, egal zu welcher Tageszeit. Will man die Begrüßung durch den Roboter von der Tageszeit abhängig machen, reicht die reine Blockprogrammierung nicht mehr aus. Auch bei der Blockprogrammierung unter Einbeziehung vorhandener Python-Codes benutzen wir zunächst vorgefertigte Choregraph-Boxen. Neben der Box für die Festlegung der Sprache benötigen wir nun eine Choregraph-Box zum Auslesen des Datums und der Uhrzeit, sowie eine spezielle SayText-Box zur Übernahme der Zeitangaben und Aktivierung der Sprachausgabe. Danach nehmen wir wiederum entsprechende Einstellungen an den Boxen vor und verknüpfen sie zu einem Gesamtprogramm. Das Resultat ist allerdings eine einfache Liste von Zahlenwerten, die der Roboter humorlos herunterrattert. Doch durch Eingriff in das Python-Skript in der Say-Box können wir den vorgegebenen Programmiercode nun so ändern, dass die Uhrzeit aus dieser Liste herausgefiltert und über eine zusätzliche Funktion mit dem Tagesabschnitt assoziiert werden kann. Damit ist eine erste Begrüßung in Abhängigkeit von der Tageszeit möglich. Doch wir können noch einen Schritt weiter gehen und vollständig auf die Get-Date-Box verzichten und den Python-Code in der Say-Box durch die Time-Methode entsprechend erweitern. So erhalten wir direkten Zugriff auf die Uhrzeit und können diese entsprechend weiterverarbeiten. Die Möglichkeit der tageszeitabhängigen Begrüßung kann auch vollständig an ein externes Python-Programm, das dann allerdings eine Reihe von Importmodulen, Proxys und ausführenden Routinen notwendig macht, übergeben werden. Die Wahl der Methodik ist abhängig von der Komplexität und dem Ziel der Anwendung. In vielen Fällen reicht eine einfache Blockprogrammierung aus, will man jedoch spezielle Anwendungen erstellen, ist der Rückgriff auf Python unumgänglich. Unabhängig von der verwendeten Entwicklungsmethode können viele Anwendungen entweder rein virtuell getestet werden oder, wie bei komplexeren Programmen, durch eine direkte Übertragung auf den realen Roboter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017